Und das sind die unendlichen Weiten des Weltalls. Welcome to space, welcome to Deliver Us the Moon. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Deliver Us the Moon. Wir sind jetzt im Weltall, beziehungsweise das sieht aus wie so eine Zwischenstation zwischen Erd und Erde. Wie heißt das? Erde, ne? Erde und Mond, nicht Erd und Mode. Erd und Mode ist auch schön. Ähm, wir gucken uns mal in diesem wunderschönen Bildschirm an. Okay, was haben wir hier? Nach oben bewegen, Entfernung. Ah, müssen wir jetzt andocken? Verrückt. Nach unten? Das ist halt echt wie bei genau Kerbal Space Programmation einmal spielt. Das ist echt ziemlich ähnlich. Bisschen hoch, bisschen hoch, bisschen hoch. Stopp, 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 stopp. Bisschen nach rechts. Sehr gut, sehr gut, bisschen runter. Hoch. Runter. Okay, angedockt. Okay. Der schwierigste Part ist schon mal geschafft. Also, jetzt. Hätte ja noch sein können, dass irgendwas passiert. Okay. Solange es nicht wie läuft bei Interstellars, alles gut. Na, shit. Wir müssen Ihre Position nicht erfassen und keine Nachrichten empfangen. Aber wir können Fluktuationen im MPT-Netzwerk erkennen. Wenn Sie das hören, erreichen Sie das Kontrollzentrum, finden Sie den Fehler in der MPT-Verbindung und bringen Sie sie wieder online. Viel Glück da oben. Alles klar. Nach links rollen, nach rechts rollen. Okay, wir rollen mal ein bisschen. Ei, wir sind ja schwerelos. Das stimmt, ja. Ah, schön. Das muss ein unfassbares Gefühl sein. Hier ist eine Raumstation. Fünf Jahre nach dem Blackout. So, hier gibt es natürlich jetzt kein oben und kein unten. Wir gucken mal, was haben wir hier? A2. Gut, wir sind jetzt schon schlecht hier. Oh Gott, jetzt schon verloren. Von wo kamen wir? Ich glaube, von hier, ne? Ich glaube, wir kamen von hier. Oh, das ist cool. Es ist irgendwie sehr cool. Ja, ich glaube, hier war unser Start-Ding, ne? Mhm. Okay, also A1 ist Start. Mal merken. Oh, was ist denn das? Wir fliegen mal. Oh, das ist alles so viel. Oh, hier kann man nicht auf die Erde gucken. Nee, kann man nicht. Aber doch, das sind diese Fenster, ne? Wahrscheinlich ist es einfach gerade nur dunkel draußen. Ach, da! Der berühmte Blick auf die Erde. Aber ja, wir befinden uns im Jahr 2059. Die Erde ist leider nicht mehr der schöne blaue Planet, wie er es einmal war. Ach, wer weiß, was 2059 passiert ist. Keine Ahnung. Niemand weiß es. Also jetzt for real. So, wo können wir hin? Wo können wir langen? Da unten? Da unten? Hier? Da waren wir gerade. Alter, das ist so krass, wie schnell man die Orientierung verliert. Weil man einfach keine Orientierung hat. Nehme ich mal gerade. Hallo? Kann ich das Ding auch aufmachen? Hallo? Muss ich noch Knopf drücken hier? Ah, da. Sauerstoff wird eng. Oh, oh, oh. Okay, Sauerstoff. Da unten läuft gerade ein Countdown. Äh. Ne, hier. Okay, okay, okay. Gibt es hier irgendwas, was nach Sauerstoff aussieht? Sind das vielleicht Sauerstoffkapseln? Ne, das ist okay. Zentralhabe. Zentralhabe. Okay, vielleicht haben wir hier Sauerstoff. Serben. Beziehungsweise, wir drücken einfach mal wieder auf irgendwelche Knappe hier. Ne, das ist rot. Okay, okay, scheiße. Die kommen hier nicht weiter, ne? Alles, was rot ist, heißt immer... Endstation. Also jedenfalls vorläufig. Hier unten wäre nur eine Spiegelung. Hier, das sieht aus wie ein Lager. Oh, Alter. Alles fliegt hier durch die Gegend. Aber nichts, was uns hilft. Nichts, was uns hilft. Nochmal hier rein vielleicht? Oh, wir brauchen doch jetzt irgendwas... Ah, hier. Okay. Ist doch richtig gesehen. Aber es ist nichts passiert. Es hat sich nichts aufgeladen. Der Countdown läuft nach wie vor. Oh, Alter. Ich muss gerade richtig arbeiten mit der Maus hier. Riecht hier denn noch was? Ist das immer noch auf rot? Ja. Steht denn da nochmal? Sauerstoffenergie niedrig. Kann man das hier irgendwie... Ich kann noch nichts drücken. Weißt du? Hier noch irgendwas? Ah, jetzt. Okay. So, gibt es denn hier nicht irgendwo... Was zum... Ich würde hier gerne mal laufen. Okay. Ah, ja. Okay, 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 okay. Aber immer noch. Warte. Immer läuft der Countdown. Sind wir jetzt draußen? Oh. Äh, nee, nee, nee. Ich würde gerne wieder rein. Okay. Hoppala. Äh. Ähm. Okay. Als ob wir jetzt einfach rausgehüpft sind. Oder ist das nur so halb raus? Da vorne ist noch eine Menge. Oder sind da Glasscheiben dazwischen? Okay, alles, alles. Oh, hier liegt ein bisschen was rum. So, zack, zack, zack. Okay. Erstmal wieder clean. Da ist noch einer. Ey. Okay. Immer noch ein bisschen übersehen hier. Boah, es ist echt... Es ist echt wirklich... Es ist anspruchsvoll, die Orientierung zu behalten. Weil man die ganze Zeit immer sich ja dreht und guckt. Oh, was ist denn hier? Oha. Inspizieren. Oh, ein Paket. Man kann es nicht aufmachen, ne? Nee. Immer hier Teile. Hier gibt's nix, ne? Okay, okay. Dann wollen wir mal wieder raus. Das ist auch nix, ne? Okay. Nur mal ganz kurz zur Probe. Das hier ist eine Glasscheibe, oder? Ja, okay, gut. Okay. Hier fliegen immer hier Schlafsäcke durch die Gegend, oder sowas in der Art. Hier sind lauter Schalter. Guck ich mal. Nee, dürfen wir noch nicht. Können wir noch nicht. Was ist denn nochmal unsere Aufgabe? Ich will mal ganz kurz gucken. Überprüfe die Verbindung. Okay, wir müssen also einfach die Lebenserhaltungssysteme wieder online bringen. Das machen wir. Da sind wir eigentlich gerade schon relativ gut dabei. Nochmal ein Schalter. Auch den können wir nicht drücken. Ich weiß schon wieder nicht, von wo wir kommen. Hier ist Lager. Da ist noch was. Aber das ist irgendwie nicht. Die blauen Dinger sind nicht der Sauerstoff, ne? Das ist irgendwas anderes. Gelb scheint Sauerstoff zu sein. Hier ist noch eine Tür. Können wir die aufmachen? Nein, können wir nicht. Also ruhig hier. Hier hat kein bisschen Musik. Liegt ganz viel auf dem Boden. Aber auch das ist alles nichts, was uns hilft. Okay. Läuft langsam die Zeit davon. Da. Weltraumfahrstelle offline. Okay. Jetzt können wir das Ding drücken. Okay. Wir mussten also erst das laue Ding holen. Interagieren. Ah. Ach, was? Ah. Ah, ist gesammelt und eingedreht. Ah, ja, 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 ja. Jetzt hab ich's geschnallt. Wir haben doch noch einen zweiten. Der hatten wir doch, oder? Ne, einer ist hier noch. Irgendwo ist hier noch so ein blaues Ding. Okay, aber wir hatten doch schon einen blauen eingesammelt, oder nicht? Ganz am Anfang. Scheiße. Wo ist der andere blaue? Wo ist der andere blaue? Die Frage ist, von wo kamen wir? Alter, das ist wirklich... Es ist so schwer, sich hier zu orientieren. Es ist so... Also wirklich. Ohne Spaß. Hier. Von hier kamen wir, ne? Kann man das Ding hier rausnehmen? Ah, ja, kann man. So. Wo ist unten? Alter. Hallo? Die Zeit läuft! Hä? Wo, 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 wo? Ah, jetzt ist wieder zu. Hä? Hä? Scheiße, ich dachte, ich kann das rausnehmen. Kann ich es rausnehmen, wenn ich hier bin? Nein, kann ich nicht! Fuck. Okay. Ich glaube, ich sterbe gerade. Aber wo ist das andere blaue Ding? Aber wo, 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 wo ist das andere blaue Ding? Adios. Kacke. Game over. Alles von vorne. Scheiße, aber wo, wo ist denn das, wo ist denn das andere blaue? Wo ist das andere blaue Teil? Ich dachte, wir können das rausnehmen, weil dann ist die Tür ja zugekommen. Zugegangen. Wo muss ich echt nochmal von vorne anfangen? Boah, krass, wir sind echt hier gelandet. Alter, okay. Okay. Das Spiel nimmt das also sehr ernst. Man darf keine Scheiße bauen. Oh, jetzt müssen wir das blaue Ding nochmal holen. Ich dachte, da war doch eben nichts. Okay, okay. Lange nicht mehr ein Spiel gespielt, wo man so auf die Zeit achten muss. Aber ich spiele sowas eigentlich auch nicht so Story-mäßig. Nicht, weil ich es nicht mag, sondern einfach, weil ich, weil ich, weiß ich nicht, weil ich mir die Zeit dafür nicht nehme. Da kann man ja auch nicht sprinten. So, das Ding brauchen wir hierfür. Für die erste Tür. Ich würde ja gerne mal langsam eine Gronke Stimme hören. Aber wir, leider werden wir ja gerade noch sehr viel bequatscht. So. Die gelben Dinger sind für uns. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen Zielstrebigkeit, können wir jetzt ja vorweisen. Wir brauchen ja auch nicht mehr Sauerstoff aufnehmen, als wir tragen können. Ist ja auch irgendwo logisch. Hier ist denn hier noch irgendwo ein blaues Teil? Und die Dinger, die werden einfach genommen, die werden einfach verbraten. Hier ist aber alles gelb, ne? Es ist alles nur gelb. Okay, das war so gerade doof. Aber es ist auch gut, oft so beim, oft, da rafft man jetzt Sachen auch erst beim zweiten Mal. Ist ja bei Filmen auch so, dass man beim zweiten Mal, sieht man einen Film immer anders. Das geht mir jetzt auch so, weil jetzt habe ich schon ein bisschen die Orientierung. Aber ich frage mich trotzdem, wo das zweite Ding ist. Oder müssen wir die einfach nur reinstecken und dann wieder rausziehen? Also reicht das schon? Oder müssen die drinnen stecken bleiben? Weil hier ist ja nun wirklich nirgendwo was anderes noch, wo man das... Warte mal. So, Nummer eins. Guck mal, das ist auf gelb. Und das andere Teil, wo ist das denn? Was hier? Nix. Ich hätte halt gedacht, dass wir das Ding hier rausnehmen können, aber scheinbar... Warte mal, vielleicht muss man auch schnell sein, aber das glaube ich nicht. Nee, die Tür geht... Die Tür geht augenblicklich zu, ne? Ja, ja, das ist klar. Das Ding muss drinnen bleiben. Aber wo... Wo ist das andere blaue Teil? Interagieren mal kurz vielleicht? Neustart? Nicht Energie. Nicht genug Energie. Aber es gibt hier doch nur zwei Räume. Das ist doch bestimmt in irgendeinem Schrank, aber die... Ich war ja an dem Schrank... Nee. Kann man das aufmachen? Lesen, zurück nach rechts drehen. This side up. Mal gucken vielleicht. Ist da irgendwas drauf? Issued for Space Elevator Drop. ASI Parts. 7, 8, 8, 8, 4, 7. Da ist dieses Ding da. Okay, nee, aber damit können wir nichts machen. Wo ist die letzte Kapsel? Muss hier doch irgendwo sein. Die anderen Türen gehen nicht auf, ne? Ach hier, hier ist nur eine. Noch so ein Gestink. 7, 8, 8, 8, 4, 7. Nee, wir können damit... ...diese Seite nach oben. Wir können damit nichts machen. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay, wir haben jetzt noch drei Minuten. Bisschen mehr mit den Dingern hier. Wo ist das blaue Teil? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es noch nicht gefunden. Das ist... Es ist echt nicht leicht. Also ohne Witz. Jetzt mal... Ich bin auch einfach... Gut, ich bin auch kein erfahrener Spieler, was dieses Zeug betrifft hier. Vielleicht wenn ich das Ding jetzt wieder rausnehme... ...dann ist es raus. Das muss... Das muss hier irgendwo sein. Wir gehen nochmal auf die andere Seite. Vielleicht haben wir da irgendeinen Schrank übersehen. Irgendwas. Irgend hier. Das leuchtet doch auch blau. Wieso gehen wir dann hier nicht ran? Okay. Das Ding ist leer. Nichts weiter. Nichts weiter drinne. Alles leer. Alles leer. Alles leer. Alles leer. Scheiß doch die Wand an. Aber wo ist es denn? Wir gehen nochmal zurück. Mir bleibt nichts anderes übrig, als nochmal hinten zu gucken. Aber ich meine, da waren wir ja. Warum sollten wir... Warum sollte hier... Eine Leiter? Kann die irgendwas? Warum sollten wir hier... ...noch was finden? Da müssen wir hin. Das ist alles leer hier. Verdammte Scheiße. Wo? Das kann doch nicht so schwer sein, Alter. Das kann doch... Kann ja nicht sein, dass wir hier ständig... ...Händeringen versuchen, irgendwas... Wo kommt überhaupt her? Also, wo ist überhaupt unser Staat, meine ich? Unsere Kapsel? Sind wir jetzt gerade... Wir sind jetzt gerade in... ...in dieser... Ich nenne sie einfach mal ISS. Da sind wir doch gerade drin. Gehen wir nochmal hier lang. Hier können wir auch noch... Oh, hier können wir nochmal zwischendingsen. Das ist gut. Hier haben wir anscheinend Sauerstoff. Okay, hier ist unser... ...unser Raumschiff. Aber hier... Ich meine, hier wird ja auch nirgendwo... ...so ein Ding rumfliegen. Das würde mich ja nun auch wundern. Alter, Finde, ey. Meine Fresse. Das ist echt... Also, bin ich... Vielleicht bin ich auch einfach doof. Aber so doof kann man eigentlich gar nicht sein. Das ist hier safe zu, ne? Vielleicht ist auch nichts. Vielleicht kann man doch einfach dann noch andocken, wenn man möchte. Mit anderen Raumschiffen. Nee, Quatsch. Jetzt im Zwischenschnaufen können wir hier. Das ist auch gut zu wissen. Aber das hilft uns leider... ...nicht viel. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Langsam habe ich es auch mit der Steuerung aus, dass ich hier ein bisschen eleganter... ...vorankomme. Ich finde es nicht. Da kommen wir her. Da müssen wir hin. Kann man so ein bisschen vorbeigehen? Nee. Also, jetzt bin ich... Jetzt bin ich irgendwie aufgeschmissen. Schon wieder. Ich bin... Dafür, dass wir noch nicht lange spielen, bin ich erstaunlich oft... Wofür ist denn das hier? Das muss doch... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, warte mal, jetzt... Jetzt ist das wahrscheinlich gelockt, oder? Jetzt ist die Tür gelockt und jetzt können wir das rausnehmen. Boah, Alter. Ey, meine Fresse, ey. Also, es ist gef... Ja, das finde ich immer wieder fasziniert bei Spielen, wie man das macht, dass Sachen erst irgendwie nicht lösbar erscheinen und dann doch sich irgendwie dann lösen. Finde ich immer wieder fasziniert von, wie man das so Spiele-Design-mäßig hinbekommt. Okay, wir haben es geschafft. Halleluja. Neustart. Puh. Okay. Jetzt können wir hier wahrscheinlich auch drin normal atmen, nehme ich an. Sehr gut. Sauerstoff-Niveau in der Stadt. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Immer noch am Schweben hier. Wir haben so mal eine Message. Füllen wir uns mal an. Expeditions-Team, hört ihr mich? Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Copernicus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Ding, Panzerra. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Wenn ihr bis dahin nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit, Rolf? Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluck auf. Ach, das ist gut. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex, beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in drei, zwei, eins. Abstieg, Rolf. Wirklich. Okay, das ist jetzt fünf Jahre her. Und der Rolf Robertson ist niemand anderes als Gronkh. Alles klar. Ich weiß gar nicht, woher die Daten... Da weißt du, was da war mit September. 15. oder 16. September. War das auch 2054? Ich muss mir mal ein bisschen versuchen, die Jahre miteinander einzuordnen. Ich habe mich, glaube ich, noch nicht so ganz daran... Also, 2054 ist jetzt fünf Jahre her. Wir haben jetzt 2059. Welches Datum genau, weiß ich nicht. Aber es wird sich sicherlich noch ergeben. Ist vielleicht aber auch gar nicht so wichtig. Überall fliegen hier Sachen rum. Okay. Also, diese Nachricht, die wir gerade gehört haben, die ist jetzt fünf Jahre her. Ungefähr. Und wir sind jetzt hier allein unterwegs. Aber dann sind wir ja doch nicht Gronkh. Ich dachte, die Hauptpersonen sind ja wir. Und ich dachte, die wird von Gronkh gesprochen. Aber das ist denn ja nun Quatsch. Denn dieser Rolf Robertson wird dann ja sicherlich auch umgekommen sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hier kommen wir nicht rein, ne? Dann gehen wir mal hier lang. Wir regeln uns mal ein bisschen gerade, so. Hoppala. Ey, das ist echt verrückt. So. Was ist das hier für eine Maschine? Pyxis. Oh je, oh je. So viele Bilderchen. Ach, das ist ein Bild der Raumstation. Ach, guck mal an. Da sind wir. Wahrscheinlich gerade an dem roten Punkt. Ne, guck mal. Hier kommen wir nicht rein, oder? Ne, da geht's raus. Guck mal ganz, was unsere Aufgabe jetzt ist. Überprüfen wir die Verbindung. Okay. Hier kann man nochmal ein bisschen... Wir gucken uns mal an, wie das aussieht. Hier kann man nicht erkennen, ne? Irgendwo die Erde? Ne. Okay, okay. Wir fliegen mal weiter. Das Tor ist auch zu. Hier kann man gucken. Da ist ein Knopf. Oh. War das jetzt gerade nicht hier? Ne, gut. Einfach nur, einfach nur eine Luke, ne? Warte mal. Okay. Ah, okay, okay, okay. Aber okay, das war das jetzt in Sinn. Kann man hier irgendwas erkennen? Wahrscheinlich macht man das, wenn die Sonne so richtig falsch steht, dass man nicht geblendet wird, ne? Denke ich mal, dafür ist das. Alles klar. Okay, aber dieser Gang zum Beispiel, der ist zu hier, ne? Da unten ist ein Knopf. Ah, nee, ist noch lockt. Oder? Ja, ich meine, das Symbol ist ja... Alles aussagend. Okay, okay, okay. Da waren wir gerade. Hier sind wir gerade langgekommen. Gehen wir mal kurz auf die andere Seite. Beziehungsweise von hier kommen wir ja auch. Oh, hier kann man das auch auf und zu machen. Jetzt muss man noch beide Seiten zumachen, um das Ding, äh, hier zu öffnen. Kann das sein? Ist das, ist das plausibel? Ich probiere das einfach mal aus. Wir machen mal beide Seiten zu. Oder alle Seiten zu. Denn vielleicht ist das Bedingung dafür, dass das Tor aufgeht. Oder ich weiß, ich wüsste nicht warum, aber... Das wird sicherlich Gründe haben. Irgendwas passiert? Ne, wir können ja hier mal gucken. Ist hier irgendwas irgendwie so ein Symbol? Nach dem Motto... Von anderer Seite versiegelt. Baumaßnahmen. Achso. Okay. Also ist es so oder so für uns uninteressant. Alles klar. Guck mal, das Ding ist immer noch auf. Wirklich, die sind nicht gerade so gut gemacht? Ah, ne. Blau heißt also... Okay, okay, okay. Aber hier sind keine Baumaßnahmen. Steht da unten? Nischt. Okay, aber hier wird man dann ja reinkommen. Ist hier irgendwo ein Symbol mit... Nach dem Motto, alle Lupen müssen zu sein. Ne. Rotierende Teile. Okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht so genau, wo wir hin müssen. Kommen wir von hier? Also diesen Gang atemisch habe ich schon mal gesehen, aber... Kann auch sein, dass er einfach nur eh nicht ist. Oh, Alter. Ich muss mich mal ein bisschen an diesen ganzen... Wörtern vielleicht mal hier orientieren. Wir sind ja aber... Wir sind ja eigentlich eben durch diesen komischen... Durch diesen Kreis... Art Kreisverkehr gekommen. Das heißt, wir waren hier nicht, ne? Steht nochmal durch die Gegend. Irgendwann alles, was Knöpfe sind... Mal direkt interessant. Alte Cola. Alles vermüllt hier mal. Uh, da ist eine Nachricht. Und da kommen wir. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Kontrollzentrum. Kommen wir hier durch, ja. Sarah Baker. Na schön, Kumpel. Fast fertig. Keine Sorge, lackiert wirst du später auch noch. Bist du bereit? Der Aufzug ist fast wieder einsatzbereit. Ja. Ich flicke bloß noch Alex zusammen. Willst du das Ding etwa mitnehmen? Na klar. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Ohne ihn hättest du es nicht mal zur Luftschleuse geschafft. Der MPT-Blackout kann kein gewöhnlicher Aussetzer sein, Rolf. Da unten ist alles finster. Beim letzten Ausfall... Hast du die Nachricht von der Erde gehört? Nein. Was haben sie gesagt? Ohne das MPT können sie nicht mal mehr Schiffe hochschicken. Verrückt, was? Wir sind die einzigen, die den Blackout untersuchen können. Rolf, Sarah, wir brauchen euch sofort unten auf der Oberfläche. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, auf geht's. Alles klar. Oh, es ist echt... Ich finde, man erkennt Gronkh nicht sofort. Klingt doch sehr anders. Da haben wir Rolfi. Rolfi, liebe Grüße an Gronkh. Okay. So, hier ist ein grünes Ding. Können wir mal Rolf mal reingucken. Ah, ja. Das ist also Gronkhs Kinderzimmer. Krio-Schlaf. Krio-Schlaf. Also Schlaf, wenn wir davon Schlaf. Die Fehlfunktion. Diese Fehlfunktion. Was ist denn das? Okay. Nichts aussagend. Aber Gronkh hat also immer eine gute Sicht. Ich sag nicht Gronkh. Ich sag nur Rolf. Rolf hatte immer eine gute Sicht auf die Erde. Moon Man. First Contact. Karten wir doch schon mal an. In Moon Man haben wir, glaube ich, schon irgendwo mal gesehen. In der Zeitung. Wir müssen drücken hier. Nö. Oh Gott, das ist echt. Oh Gott, der gefällig Cola zu dringend bei der Aufnahme. Ständig muss man aufstoßen. Kann man hinufs? Ah, guck mal. Hier kommt noch was zusammen. Reminder. They have changed the code log. Code again. You coded 2539. 2539. Alles klar. Nehmen wir mit. 2539. Hier wieder Einblick in die Privatsphäre. In der wenigen Überlebenden der Huygens Krio Schlaf. Viel Funktion. Ich bin kürzlich auf ein Fragment gestoßen, das aus dem Krio Generator geborgen wurde. Und ich habe gehofft, dass sie es inspizieren könnten. Es gibt außerdem eine Möglichkeit, wie ich mein ASE dazu bringen kann, ideografische Daten von diesem Tag zu projizieren. Ich möchte herausfinden, was wirklich in Huygens passiert ist. Also irgendwas ist hier schief gelaufen. Wahrscheinlich vielleicht hat auch diese Fehlfunktion etwas damit zu tun. Ich weiß es nicht. Und ich glaube auch, ich beende an dieser Stelle mal die Aufnahme. Es war gerade vielleicht nicht kein hundertprozentig guter Zeitpunkt, aber ich würde gerne die Aufnahmen immer an- und abmoderieren. Ich würde sagen, wir machen einfach in der nächsten Folge weiter. Wir bahnen uns den Weg durch die Raumstation und es wird sich schon irgendwas ergeben. Ich sage erstmal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Tschüss.